Jetzt einmal ganz kurz nochmal versuchen auf 1700 zu kommen. Wenn ich... Ah, das ist hart. 1750 Trophies der Gegner. Wenn das jetzt hier ein Sieg wird, dann... wär's das. Merkwürdige Minion-Horde vom Gegner jetzt hier an der Stelle. Jetzt noch die Doblins eingesetzt. Sehr starke Countern vom Gegner. Also wirklich, wirklich stark gespielt. Baby Dragon über den Riesen, Valkyre in meinen hinteren Truppen reingesetzt. Das war einfach stark. Kann man nicht anders sagen. Die werden jetzt hier ordentlich Damage stehen am Tower. Ne, 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 gut. Das Musketier greift meine Bogenschützen an. Und das sah doch ganz gut aus. Aber ihm komm ich gar nicht durch. Er hat halt wieder die Valkyre am Start. Minipäcker jetzt hier gegen die Valkyre eingesetzt. Die Barbaren machen einfach zu viel Schaden auf dem Level. Oh, ist das ärgerlich. Wirklich ärgerlich. Arrows drüber gesetzt. Riese kriegt ein paar Hits an Tower Run. Aber nicht wirklich viele. Musketier gegen Baby Dragon. Besseres kann man nicht machen. Minipäcker kriegt ein Head auf dem Tower. Sehr schön. Und das Musketier müsste jetzt hier auch ganz gut Damage stehen können. Ah, ne. Wurde ich vorher aufgehalten. Das scheint jetzt hier eine ganz gute Offensive zu werden, wie es aussieht. Jetzt noch eine offensive Kanone hingestellt. Also jetzt hier die Kanone und die Musketiere. Sehr viel Schaden. Ich setze jetzt hier mal Arrows hin, weil ich denke, er setzt die Minion-Horde ein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was für ein geiler Sieg. Habt ihr die Pfeile gesehen? Habt ihr die Arrows gesehen? Sehr geile Sache. Und damit habe ich mir die Arena 6 als Level 5 auch verdient. Sehr geile Pfeile jetzt nochmal zum Schluss. Die mich hier Arena 6 bringen. Gefällt mir. Also jetzt hier als Level 5er in Arena 6 mit dem Low Elixir Deck. Hier jetzt der Beweis an alle Leute, die Level 5 sind. Da seht ihr jetzt, was mit diesem Low Elixir-Kost Deck drin ist. Common Cards Level 6. Rare Cards Level 4. Ich bin insgesamt noch knapp Level 5 und bin in der Arena 6 gelandet. 1.722 Trophys. Alter, der Chat. Der Chat jetzt hier völlig am ausrasten. GG, GZ, oh nice. GG. Wow, die Pfeile, nice. That Timing. Nice. Good job, Trimax. Du hast es schon drauf. GG. Sehr schön. Gefällt mir. Okay. Okay.